Das geht. Kumo. Es ist Viertel vor zehn, ich fahre jetzt zu meinen Eltern. Mein Vater fährt uns heute zum Flughafen. Kuss geht raus. Ich fliege jetzt zusammen mit Jan-Philipp, Olivia, Georgina und ich. Wir fliegen jetzt nach Malle. Für acht Nächte, das wird unglaublich krass. Ich war da noch nie wirklich, zuletzt war ich da als Kind mit zwölf, aber kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Wir wohnen eine Minute zu Fuß vom Ballermann. Moritz wird da sein, drei andere Freundesgruppen von mir werden da sein. Es wird ultra viel los sein. Ich bin übrigens komplett durchgeimpft und das ist auch schon zwei Wochen später. Und die anderen und auch ich trotzdem neu, sicherheitshalber. Wir haben alle gestern einen PCR-Test gemacht, damit wir sicher fliegen können. Keine Sorge. Wir fahren jetzt zum Flughafen. Ich habe ohne mal Bock, das wird ein kranker Bock, glaube ich. Ich werde das alles mit dem Handy festhalten, weil ich meine Kamera nicht verlieren werde. Ich hoffe, das ist okay. Naja, mein Spiegel ist auch dreckig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, los geht's. Let's go. Yeah. Wir sind am Flughafen. Das ist Georgina. Das ist Olivia. Janin. Wir checken jetzt erst mal ein. Wir haben alles vorbereitet. Ein Reiseformular. Corona-Test gemacht. Ich bin durchgeimpft. Es ist großartig. Es ist halb eins. Das Piepen ist auf jeden Fall ultra unangenehm. Ich dachte, du willst kacken gehen und dann löst du so einen Alarm da vorne aus wie unangenehm. Egal. Auf jeden Fall. Prost. Also, wir haben Priority Boarding. Klingt erstmal nice. Die Schlange fürs Priority Boarding ist länger als die normale Schlange. Priority. So. Wollen wir schicken wir schon mal ein Bier holen? Ja. Nein. Oh Mann. Ah, wichtig. Ey, wir sind draußen. Wir suchen jetzt ein Taxi. Gang, gang. Gang, gang. Gang, gang. Gang, gang. Das ist unser Hotel. Ein Stern auf Google. Zwei Sterne bei booking.com. Das wird der Extremtest. Wir werden jetzt mal einchecken und dann gibt es gleich, wenn wir drin sind, ein Update, wie es ist. Aber eine Minute von hier ist der Baller. Der Ballermann. Der Bierkönig. Der Bierkönig. War noch nie hier. Es wird krank. Oh, so dicht. Aber es ist auch süß. Süß. Erst mal Badezimmer checkt. Das Coolste kommt zum Schluss. Ihr habt ein dickes Klimatage. Oh shit, das ist winzig. Was ist das cool ist? Wow. Sorry. Das ist tatsächlich bequem. Ich habe gedacht, das ist jetzt so, wo man die Federn so merkt. Weißt du? Oh. Körper. Ja. Brr. Ja, okay, das ist geil. Das ist geil. Keine Stühle haben wir. Oh. Ja, wir nehmen uns von denen einfach zu. Ja, wir haben es. Okay, einen haben wir schon mal. Willst du noch was sagen? Super. Wir kommen erst mal an und essen was. BG. Sie sagt, hol bitte, eingehen für mich. Ich bin... Äh. Shit. Auf den Urlaub. Auf den Urlaub. Ah. Das wird jetzt hier gleichzeitig so ein Food Review. Die Pizza hat 9 Euro gekostet. Die Nudeln sehen auch ziemlich nice aus. Ich glaube, Pizza kostet generell so 8 bis 9 Euro. Der Laden heißt so. Tequila Sunrise 6 Euro. Ballert auf jeden Fall auch nicht rein, aber schmeckt ein bisschen künstlich. Da ist mein Review. 27 Grad. Der Test. Oha. Junge, ist das warm? Junge, anders nice. So, wir sind jetzt hier im Taxi. Da ist der Dreh, wo es geht. Latino. Turn up. Wir fahren zu Moritz. Der ist nämlich auch hier. Die haben dann anscheinend eine kranke Villa. Da fahren wir jetzt hin. Das ist ungefähr eine Viertelstunde vom Ballermann. Ich bin sehr gespannt, wie es da aussieht. Ich habe auf jeden Fall die Peoples am Start. Man sieht euch nicht. Wir werden auf jeden Fall gleich noch ein bisschen weiterfilmen. Bis jetzt erster Tag. Eins an mit Sternchen. Wir sind ungefähr um halb fünf angekommen. Jetzt ist es zehn. Es geht los. Kurz festhalten. Heute machen wir einen ruhigen. Heute machen wir einen ruhigen. Wir schauen, was passiert. So, wir sind da auf jeden Fall. Ui, der Moritz. Digger, ihr habt auf jeden Fall anders übertrieben. Das ist eine ganz wilde Nummer hier. Johannes. Was ist das denn für eine Chance? Das ist Moritz. Ja, es passiert viel. Digger, Soundbox ist so krank. Naja, das ist auf jeden Fall die Villa. Eventuell filme ich da noch ein bisschen. Jetzt wird erstmal ein bisschen gebechert. Ist noch gut? Noch ist die Stimmung gut. Es ist ungefähr zwei. Es wird so warm, hey. Gracias. So. Der erste Abend ist geschafft. Kurz einen J.P. filmen. Buena noche. Gute Nacht. Turn up. Was geht? Es ist ein Tag später, 14 Uhr. Ich war eben schon am Strand. Ich habe mein Handy nicht mitgenommen. Angst, dass es geklaut wird. Wir hatten eben schon Tapas. Deswegen ist die Kamera vielleicht ein bisschen schwierig. Gestern Abend war auf jeden Fall mega geil. Philipp war topfit. Später haben wir uns zum Barhopping, ähm, Bartour verabredet. Mit Moritz. Vielen Dank. Wir melden uns später. Es ist ein Fest. Bis jetzt mega nice Urlaub. Aber heute machen wir einen ruhigen. Ich habe kein Geld mit. Nur Badehose. Also. Nein, 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 nein. Die Schöne Brille. Guter Preis. 1A. Nein. Nein, nein, nein. Naja. Es ist ein guter Mann. Alles gut. Ich bin Buba. Buba. Ja. Korrekt. Aber nicht teuer. Nächstes Mann. Ich habe wirklich kein Geld mit, Digga. Ich habe Badehose. Hast du gehört? Wir beide vom Strand. Badehose. Nicht, kein Geld. So. Weg ist er. Okay. Schönes Ding aber trotzdem hier. Gut. Timmst du schon? Ja. Das muss sein. War noch besser. Ist das ein Ticken besser? Janni, schlecht. Sonnenbrand. Schlecht. Mann. Hat schon mit. Da wird sich nicht eincremt. Schlecht. Dein Handtuch habe ich. So. Damit starten wir heute gemütlich rein. Also hier ist mittlerweile geisteskrank viel los. Da vorne sind Isabel, Boris und so weiter. Alle am Start. Mo. Ich habe einen Jungen. Wer findet das verhalten? Wer findet das verhalten? Ja, dann lassen wir ihn nur hin. Das ist so. Ja. 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 Heute machen wir ihn ganz entspannt. Heute machen wir ihn ruhigen. Alles gut. Wir fahren jetzt an zu Moritz. Was? Jo. Taxi Nummer zwei. Da ist auch drei. Hi Leute. Was geht? Ich habe meine Brille nicht auf dem Wissen. Ein bisschen mehr. So, das ist die. Ja, schön. Die machen da vorne jetzt alle TikToks. Ich habe gesagt, ich mache keinen TikTok mit. Letztes Mal lief das nicht so gut. Ha. Geiles Ding. Hallo. 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 Englisch spießt? We are don't... Junge, Johannes hat die F***. We are the thing here. We don't have music playing for like one hour. Then we were crying. Mo. Es ist... 13.51. Ich bin ungefähr seit zwei Stunden wach. Und schreibe hier meine Hausarbeit. Ich wohne noch acht Seiten vor mir. Es ist prächtig. Ich habe mich nicht bitter gefühlt. So eine Scheiße. Warum habe ich das aufgeschoben? Naja. Also hier. Nicht immer nur feiern, sondern auch was niederschreiben. Für mich geht es hier gerade um eine fiktive Werke-Kampagne für einen Mode-Großkonzern. Einfach nur wow. Ich mache das jetzt noch fertig. Mal gucken, wie lange das dauert. Und dann geht es wieder rund. Und... Mhhh... Maaannn. Hausarbeit ist fertig. Wir haben das Nötigste es geschafft. Jetzt geht es wieder rund. Und der Stuhl sieht aus wie ein Creeper, hat ja Philipp gesagt. Zeig den Rücken. Los. Yeah. Auch an dem Weg. Naam zusammen. Moin Moin. Eins ab. Die Hausarbeit ist fertig. Wir haben fünf von acht Seiten geschafft. Das sollte auf jeden Fall eine drei werden. Und jetzt gibt es hier einen kleinen Kölschkranz. Lecker Mädchen. Mäckbrötchen ist auch schon bestellt. Ist ja wie Karneval. Wir gehen wieder rein. Oh yeah. Damn. Und er ist der zweite Kranz. Kranz, 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 kranz. Richtig, ich wurde richtig. So, stell ab. Heute geht doch ein Siegel. So ein Ding ist das. Hallo meine Freunde, heute zeige ich euch, wie waren die jetzt. Hey, nein. Hallo meine Freunde, heute zeige ich euch, wie man einfach eine... An- und Ausmaßt. Genau. Der Mann hat Leute durchgezogen. Und jetzt macht der Haier. Hallo. Wir fahren gerade zu so einer Golf-Area, um da essen zu gehen. Ich bin sehr gespannt. Das ist super explosiv, glaube ich, anscheinend. Ich weiß nicht, wo Moritz mich da schon reingequatscht hat. Ich habe immer noch die Sachen von gestern an. Badhose, Birkenklox, alles top. Ja, eigentlich braucht man hier so einen Code, um reinzukommen. Aber beim Taxi geht das so. I think we are right here. We will find it. So. Heute geht einiges. Da geht einiges. Moment. Wollen wir es sehen? Fit check. Wir werden so rausfliegen. Die kommen einfach über dem Goldplatz hergelaufen. Ich glaube, das darf man nicht. Die sind nicht über den Goldplatz hergelaufen. Und da kommt nur... Jungs, das erste Bier ist auf jeden Fall bestellt. Aber er hat recht. Scheiße, das ist die Vorspeise. God damn. Ist er A-Wa? A-Wa? Ist er A-Wa? A-Wa? Quatsch, will ich erzählen, dass das geklappt hat einfach. Die laufen einfach mitten übers Grün. Ich packe es nicht. Ey, das ist ja so geil. Oh, shit. Oh, oh, ja. Sehr gut. Alles gut? Juhu. Moritz. Da ist er, denke ich. Bom. Hier ist das Bamboliu und das wirkt mir nötig. Und wir gehen jetzt herein. Wie soll ich das drin? Ja. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Das ist immer noch gleich, ihr Wecker. Hallo. 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 Wenn es einfach kein Foto ist. Dass ich ein paar Proteine hier drin habe. Da sind Viecher drin. Ah. Nicht einen Schluck hat der Junge gesehen. Seid so dumm, ne wirklich. Da, 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 da. Da, da, da. Da. Da, da. Da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Mein Fuß ist kaputt. Moin, Done. Wir haben ein Problem und zwar folgendes. Jonas sich mal wieder verletzt hat. Kurz erwärmt und dann pass auf. Die Dreherz an der R-Fun Kamera wie ihr müsschen. In der Ausnahme. Und zwar hat Jonas sich ein Fußενeld. Ähm, ne, Jona auf den Janwater. Wie fühlt ihr's? Gut? Dieser Mann lacht dabei. Jums, ich wünsche euch eine angenehme Nacht. Nach der Hook machen wir einen Übergang, den wir quasi da runterspringen. Nein, ich habe die falsche Richtung gesehen. Diablo, Papi! Das ganze Haus bett schon wieder. Denkt ihr, die Nachbarn beschweren sich hier heute? Nein, nein, nein. Die Pfann ist echt langsam. Wir sehen uns morgen! Es ist 6.16 Uhr, wir gehen schlafen. Danni! Juhu! So, wir machen jetzt eine Bootstour mit allen. Weil wir Sparfüchse sind, sind noch ein paar andere Leute dabei. Aber das macht natürlich gar nichts. Ganz kurz mal Rücken nochmal filmen? Ja. Immer eingreben. Wir haben 34 Grad. Wir tauchen gleich, wir gehen in den Bucht und wir grillen gleich. Und guck gleich mal das hier an. Mit dem Brees. Angriff. Die Villa ist direkt da vorne, wo wir gestern waren und die letzten Tage. Und jetzt ist einfach mit einer Drohne hier. Vielleicht bekomme ich sogar die Aufnahme und ihr seht ihr jetzt. Vielleicht auch nicht. Das Geräusch ist nicht gut. Das heißt der Akku leer ist. Ja. Juhu! Juhu! Was geht? Ich bin weg am Start. Wir haben noch ein bisschen Urlaub gemacht. Äh. Es ist sehr, sehr nice. Deine Haul. Wir waren gerade einkaufen. Heute ist der letzte Abend, dass Moritz da war. Ich habe ein bisschen geupgradet. Kleinen Moment. Ja. Dachte ich mir, nehme ich auch mit nach Deutschland. Wir sehen uns heute Abend. Es gibt auf jeden Fall für die Leute ein paar nice Partyaufnahmen. Das wollt ihr doch. Weißt ihr doch. Juhu! 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 wir hatten Aufnahmen. Wir fangen jetzt hier an mit dem ersten Drink. Der letzte Abend muss natürlich noch mitgenommen werden, das ist Freitag. Um 6.40 Uhr geht unser Flugzeug. Wir haben heute eine Mission und das wird sein, so wie ich jetzt gerade bin, mein Körper ist gepackt und steht im Hotel. Wir werden jetzt anfangen zu trinken und dann um halb fünf, genauso wie wir jetzt sind, einfach zum Flughafen fahren und nach Hause fliegen. Mal schauen, ob das klappt. Wir nehmen euch jetzt mit auf diese Mission. Wer kommt denn noch? Wir kommen auf der Straße oder? Ja! Wow! Du bist geil, Mann! Du bist ein Wichser! Yeah! Wodka, Lemon. Wodka, Lemon. Watter, Melon, Coco. Diablo, Papi. Mit einer Konzentration? Ja, ne, ne, ne Eventuell warst du es heute. Es ist halb zwölf. Wir gehen jetzt auf Liar! Hallo! Nein! Er ist auf meine Beine drin! Es ist die größte Bad! Egal, Brandwasserpleyer, ich kann nicht mehr reden, das ist scheißegal!